Nach dem Sturm ist vor dem Schneesturm, mag man wirklich sagen in diesem Fall. Denn heute Abend gibt es einen neuen schweren Sturm in Süddeutschland. Zugleich kommt von Norden Polarluft zu uns geströmt. Die drückt die Schneefallgrenze auch im Süden in den Keller. Und die Nacht zum Samstag, die könnte uns dann solche Bilder bescheren. Es schneit bis in tiefe Lagen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Und der Orkan Ortdruck, der kommt auch noch. Das ist dieses Sturmtief, das zweite Sturmtief. Das zieht in der kommenden Nacht vor allen Dingen über Süddeutschland hinweg, über den Süden von Baden-Württemberg und von Bayern. Und da kann es auch noch mal recht heftig zur Sache gehen. All das hier in diesem Wettervideo. Schauen wir uns mal die Schneehöhen an, die da berechnet werden bis zum Samstagmorgen. Und zwar die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Und tatsächlich, das soll bis morgen früh einiges vom Himmel kommen. Besonders hier von Westdeutschland, von Rheinland-Pfalz, von der Eifel, vom Saarland, über das Rhein-Main-Gebiet, den Taunus bis nach Thüringen und Sachsen. Da sollen einige Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen. Selbst in Tiefenlagen, in Mainz, in Frankfurt, in Mannheim, in Heidelberg, in Würzburg. Da kann es in der kommenden Nacht für einzelne nasse Schneeflocken mal bis ganz runter reichen. Also bitte nicht verwundert sein. Wir blicken auf diese Kaltluft, die da von Norden heranströmt. Und das hier ist diese markante Luftmassengrenze am heutigen Freitagabend. Sie liegt um 23 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Einmal hier über Süddeutschland. Und zwar hier vom südlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz über Nordbaden-Württemberg, Nordbayern. Nördlich davon sind die Luftmasseneisigkeit in 1500 Metern Höhe. Aber südlich davon, da sind noch deutlich mildere Luftmassen unterwegs. Und an dieser Luftmassengrenze bildet sich nach Süden hin kräftiger Dauerregen aus. Nach Norden hin zum Teil kräftiger Schneefall. Aber da die Luftmassengrenze sich langsam nach Süden verschiebt, geht auch hier der Regen im Süden nach und nach in Schneeregen und in Schnee über. Und das ist die Lage am frühen Samstagmorgen. Die Kaltluft aus Norden erreicht auch den Alpenrand. Und dann sinkt die Schneefallgrenze auch dort bis in tiefe Lagen ab. Wir werfen einen Blick auf die Ensemble-Prognose für die Mitte des Landes. Und zwar bis zum 22. April. Momentan befinden wir uns hier in diesem Kältetal bis zu minus 5, minus 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Aber dann ab Montag, Dienstag, da schießen die Temperaturen in 1500 Metern Höhe in die Höhe. 10, 11, 12, 13 Grad sind da möglich. Und das bedeutet, auch unten am Erdboden wird es deutlich wärmer. 15 bis 20 Grad an Neckar, Rhein und Main. Zum Teil auch über 20 bis hin zu 23 oder 24 Grad. Aber das bleibt nicht so. Richtung Ostern wird es wieder ein klein wenig kühler. Und die ganze Zeit bleibt es mehr oder wenig auch so ein klein wenig bei diesem wechselhaften Wetter. Übrigens, das ist eine Aufnahme aus Oberstaufen. Vor gut einem Jahr, aufgenommen von Niklas K. Wir sehen also, die Geschichte wiederholt sich gerne mal. Vor einem Jahr gab es auch schon Schneefälle in den Alpen um diese Jahreszeit bis in tiefere Lagen. Also das ist nicht wirklich irgendwas Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber vielleicht doch dieser Sturm Orthod. Der zieht ab heute Abend über Süddeutschland hinweg. Und heute Mittag, da liegt er hier in Westfrankreich. Und da heißt er ganz anders. Da heißt er nämlich Diego. Und Orthod, beziehungsweise Diego, zieht dann weiter über Frankreich und sorgt dort teilweise auch in tiefen Lagen für Orkanböen. Bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Ein sogenannter Schnellläufer, ein Randtief. Und der zieht dann weiter Richtung Deutschland. Mal gucken, wie stark er heute Abend und in der Nacht zum Samstag bei uns im Süden werden wird. Da ist auch noch Überraschungspotenzial durchaus mit dabei. Der Blick auf die Wetterkarte vom heutigen Freitag. Viele Wolken aus Frankreich breitet sich dichter Regen aus. Viele Regenwolken. Die Temperaturen hier im Südosten noch sehr mild. Bis zu 14 Grad. Sonst die Werte 8 bis 11 Grad. Aber zum Nachmittag und Abend, da wird es hier von Norden immer kühler. Und die Temperaturen sinken langsam ab. Es ist den ganzen Tag über windig bis stürmig. Aber zum Abend, da nimmt der Sturm hier im Südwesten und Süden nochmal deutlich zu. Wie gesagt, dann kommt Ortrud zu uns gezogen oder eben Diego, wie er anderen Ortes heißt. Und wir blicken auf die Nacht. Die wird sehr spannend werden. Die Luftmassengrenze einmal hier genau über Deutschland. Nördlich davon geht das Ganze langsam in Schnee über. In Schnee, Schnee, Regen. Teilweise ist ja noch ein bisschen Regen mit dabei. Nach Süden dann später nur noch Schneefall. Und die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen ab. Das heißt, morgen früh muss man in Baden-Württemberg und in Bayern, aber auch in Teilen von Rheinland-Pfalz bis in tiefe Lagen mit einer weißen Überraschung rechnen. Und auf den Straßen ist es zeitweise richtig glatt in der kommenden Nacht. Und dann kommt eben noch der Sturm Ortrud hier über den südlichen Teil von Baden-Württemberg. Den Schwarzwald gezogen bis in den südlichen Teil von Bayern bis zum Bayerischen Wald. Und da kann es dann nochmal schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde in der Nacht geben. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr bis 110. Das wären dann schon orkanartige Böen, die da drohen. Der Samstag dann ziemlich turbulent. Immer noch Aprilwetter. Im Süden Schneeschauer, Graupelschauer. Zum Teil in der Mitte auch Wintergewitter möglich bei 5 bis 10 Grad. Ziemlich wechselhaft. Ähnliche Temperaturen auch am Sonntag. In der Mitte weitere Schauer, auch im Norden später neue Schauer. Und der Montag, der bringt dann langsam eine Wetterberuhigung. Temperaturen 8 bis 14 Grad. Im Süden zeigt sich ab und zu die Sonne. Und dieses freundliche Wetter bleibt dann sehr wahrscheinlich auch am Dienstag erhalten. Recht viel Sonnenschein. Temperaturen 12 bis 19 Grad. Zum Mittwoch und Gründonnerstag insgesamt wieder mehr Wolken. Am Gründonnerstag auch etwas Regen. Die Temperaturen am Mittwoch 15 bis 21 Grad. Und am Donnerstag 14 bis 18 Grad. Da ist das letzte Wort in Sachen Höchsttemperaturen noch nicht gesprochen. Das können auch am Mittwoch hier im Westen und Südwesten mal 23 oder 24 Grad werden. Das ist noch ein bisschen unsicher. Das schwankt immer noch hin und her. Auf jeden Fall. Nächste Woche wird es freundlicher. Und auch zumindest vorübergehend mal wieder deutlich wärmer werden. Auf das Osterwetter schauen wir gleich am Ende des Wettervideos. Jetzt nochmal der Blick auf diese Wetterlage heute Nachmittag, weil die eben so spannend ist. Und wir sehen hier am heutigen Nachmittag viel Grün im Norden und viel Grün im Süden. Und mittendrin so ein Bereich, wo sich die Kaltluft ausbreitet. Und da geht das Ganze in Schnee über. Also hier von Rheinland-Pfalz über Hessen bis nach Thüringen bis nach Nordbayern. Und wir schauen dann mal auf die Nacht zum Samstag. Und dann beginnt auch der Regen hier im Süden in Schnee überzugehen. Nur hier entlang des Rheins und des Mainz. Da ist es teilweise noch bei diesen grünen Symbolen. Das heißt Regen ist da mit dabei. Schnee, Regen ganz unten. Ganz unten, aber oberhalb von 200 bis 300 Metern. Da ist es teilweise überall Schnee, nasser Schnee. Und Liegen bleibt aber meist erst etwas ab 400 bis 500 Metern Höhe. Und das heißt auch hier im Schwarzwald und in den Mittelgebexlagen hier im Süden, da kann es nochmal richtig weiß werden zum Samstagmorgen hin. Insgesamt am Samstagmorgen vom Bayerischen Wald bis zum Schwarzwald zum Teil kräftige Schneefälle. Auch bis in tiefe Lagen und auch hier Richtung Nordrhein-Westfalen. Schnee, Regen und Schnee, alles mit dabei. Zum Teil auch kurze Graupelschauer, Wintergewitter, das volle Programm. Das ist wirklich turbulent. Doch was passiert danach? Wir schauen auf die Wetterlage am Montag. Und da sehen wir, die polaren Kaltluftmassen sind auf dem Rückzug. Und hier über Frankreich, da liegen in 1500 Metern Höhe deutlich wärmere Luftmassen bereit. Und die bewegen sich bis zum Dienstag langsam Richtung Deutschland. Dann besonders hier in der Mitte und im süddeutschen Raum plus 10 bis plus 13, teilweise plus 14 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das heißt, unten am Erdboden werden da locker mal 20 Grad plus X erreicht. Wie gesagt, 21, 22 Grad. Vielleicht auch an den Flüssen 23, 24 Grad. Das muss man noch ein bisschen abwarten. Wir sehen aber auch, das ist eigentlich nur so ein Wärmeklecks, also nichts Großflächiges. Drumherum kühlere Luftmassen. Deswegen, das Ganze steht auf ziemlich wackeligen Beinen. Wie geht es danach weiter? Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 22. April. Und langsam aber sicher erholen sich die Temperaturen. Anfangs noch gedämpft im Norden, knapp unter 10 Grad, aber nächste Woche dann langsam 15, 16, 17 Grad. Und dann bleiben wir eigentlich auf diesem Niveau bis zu den Osterfeiertagen. Aber um Ostern rum immer wieder Niederschlagssignale. Es bleibt wohl eher wechselhaft. Mit ein paar Schauern müssen wir wohl rechnen über die Osterfeiertage. Und auch Westdeutschland eine deutliche Erwärmung nach dem aktuellen Wochenende. Auf Temperaturen von über 15 Grad, teilweise 20 Grad sind da möglich. Und auf diesem Niveau um 15, 16 Grad bleiben wir bis Ostern. Aber auch hier gilt, über die Osterfeiertage gibt es immer wieder Niederschläge. Und der Osten des Landes auch. Relativ gleich wie die anderen Regionen. Anfangs um die 10 Grad, danach Temperaturanstieg zur Karwoche hin. Und dann bleiben wir um die 15 Grad zu den Osterfeiertagen. Aber auch hier gilt, immer wieder gibt es Niederschläge. Und noch der Blick nach Süddeutschland. Auch hier das Ganze relativ ähnlich. Die Temperaturen sinken noch mal runter zum Samstag hin. Auf Werte von knapp um die 5, 6 Grad. Und danach geht es auch nächste Woche hier wieder in die Höhe. 15, 16, 17 Grad. Und auf diesem Niveau bleiben wir dann über die Osterfeiertage. Auch hier im Süden des Landes. Aber es gilt, es gibt über Karfreitag hinweg bis Ostersonntag, Ostermontag. Ab und zu auch mal ein paar Schauer. Also das wechselhafte Wetter kann sich wohl auch hier im Süden weitgehend behaupten. Apropos Ostern. Hier mal die aktuelle Osterprognose. Und zwar schauen wir uns hier den aktuellen Hauptlauf an vom amerikanischen Wettermodell. Ja, und wir sehen eigentlich, es ist nicht ganz so übel. Viele Wolken, vor allem im Südwesten, aber ein bisschen Sonnenschein. Temperaturen 7 bis 14 Grad. Jetzt nicht groß die dicke Frühlingsluft, die da unterwegs ist, aber eben auch nicht der große Wintereinbruch. Es hätte schlimmer kommen können. Und Sturm ist auch momentan nicht in Sicht. Also doch insgesamt ein sehr ausgeglichener Ostersonntag. 7 bis 14 Grad, wie gesagt. Ab und zu im Süden des Südwesten Sonnenschein. Und so gut wie keine Niederschläge am Ostersonntag. Vielleicht mal ein kurzer Regenschauer nach Osten hin. Aber ansonsten doch ganz passabel. Das war es vom Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Also heute aufpassen. Erstkräftiger Dauerregen, viel Wind zum Abend. Im süddeutschen Raum kommt das Orkantief. Ort droht vorbeigezogen. Zum Teil dann richtig nochmal eine starke Windentwicklung im Süden von Bayern und Baden-Württemberg. Im Verlauf der Nacht sinkt die Schneefallgrenze in der Mitte und im Süden des Landes bis in tiefe Lagen ab. Und morgen früh kann es hier und da eine weiße Überraschung geben. In Lagen oberhalb von 400 bis 600 Metern sind die Straßen morgen früh zum Teil nochmal schneebedeckt. Und es gibt Schneeverwehungen. Also nochmal ein richtiger Schneesturm, der uns da zum Samstagmorgen hin ins Haus steht. Das war es vom Wetter. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und ein schönes Wochenende.